Hallo, mein Name ist Christian Feneberg von der Contao Akademie und ich möchte dir heute wieder einen kurzen Tipp zu Contao geben. In diesem Video zeige ich dir, wie man in eine Überschrift einen Zeilenumbruch einfügen kann. Wir haben also hier jetzt eine Überschrift, die wir hier im Backend ganz normal mit einem Text-Inhaltselement angelegt haben. Und genau bei dieser Überschrift möchte ich jetzt eben nach dem Wort Zeilenumbruch einen Zeilenumbruch einfügen. Wenn ich jetzt auf den Bearbeiten-Stift gehe, dann sehen wir, ich kann hier natürlich nicht die Enter-Taste drücken, denn hier wird einfach nur das Element neu geladen. Wenn ich also jetzt hier einen Zeilenumbruch haben möchte, dann kann ich mir einen Insert-Tag zur Hilfe nehmen und zwar den Insert-Tag br für break. Und diesen Insert-Tag füge ich dadurch ein, indem ich jetzt vorneweg zwei geschweifte Klammern mache, dann br schreibe und hinten nochmal zwei geschweifte Klammern zum Schließen. Das heißt, ich füge jetzt hier die zwei geschweiften Klammern ein, hinten auch gleich wieder und dazwischen schreibe ich br. Das Ganze mache ich jetzt speichern und schließen. Wir sehen auch schon, dieses Insert-Tag bleibt hier stehen und wenn ich dann im Frontend die Seite neu lade, dann haben wir jetzt zuverlässig unseren Zeilenumbruch eingefügt. Ich hoffe, dir hat dieses kurze Video gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir jetzt auf YouTube einen Daumen nach oben gibst. Damit du kein Video mehr verpasst, abonniere am besten gleich auch noch den Kanal der CONTAO Academy. Dazu einfach unterhalb des Videos jetzt den Button drücken. Weitere Videos und Tutorials zu CONTAO findest du auch auf unserer offiziellen Website contau-academy.de.